Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie du so eine Drachenfrucht eigentlich richtig schneiden und anschließend auch essen kannst. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst brauchen wir mein Schneidebrett, die Drachenfrucht und auch ein scharfes Küchenmesser, denn mit einem stumpfen macht das Zubereiten einfach keinen Spaß. Jetzt halbiere ich meine Drachenfrucht aber erst einmal hier schön in der Mitte und danach schneide ich diesen Strunk hier oben einfach mal etwas an beiden Hälften noch ab. Das Fruchtfleisch kann übrigens jetzt wie bei mir hier weiß sein oder es kann auch leicht rötlich bzw. rosa sein. Nun können wir die Schale hier noch ganz leicht mit den Fingern vom Fruchtfleisch lösen. Das sollte wirklich relativ einfach sein und die Schale können wir dann weggeben, da diese natürlich nicht essbar ist. Jetzt das Ganze noch entweder in Streifen schneiden oder wir würfeln dieses danach noch. Das kommt einfach darauf an, wie wir unser Fruchtfleisch jetzt noch essen möchten. Wenn ich eine Drachenfrucht jetzt hier doch zu Hause auf der Couch esse, habe ich noch zwei weitere Methoden, welche ich gerne verwende. Hierfür die Drachenfrucht einfach einmal umdrehen, die Schale dran lassen und das Ganze auch in solche Scheiben hier schneiden. Denn jetzt können wir die Drachenfrucht wie so eine Melone hier einfach schön aus der Schale rausknabbern. Das Fruchtfleisch hier von unserer Drachenfrucht ist übrigens auch sehr weich, deswegen ich jetzt auch einfach einen Löffel hier nehmen kann und ähnlich wie bei einer Kiwi das Fruchtfleisch hier schön auslöffeln kann. Und somit habe ich auch schon meine Drachenfrucht jetzt richtig geschnitten und kann diese sofort essen. Wenn du dir für zu Hause jetzt so ein hochwertiges Küchenmesser, Kochhandschuhe oder auch ein Profischneidebrett zulegen möchtest, dann kann ich dir hierfür wirklich nur Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Markenherstellen zu einem relativ günstigen Preis und das Beste dabei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst dich extra in einem Fachgeschäft hierfür fahren. Wenn du dir als eins von diesen Unterschieden hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen. Und hier unten drunter gerne einmal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast.